Künast, der Inbegriff des Scherms. Frau Künast empfiehlt uns Deutschen vor einigen Monaten, kauft japanische Autos. Ja, liebe Freunde, da funktionieren weder Gas noch Bremsen. So etwas kann man doch den Bayerischen und den Deutschen nicht verkaufen. Applaus Ströbele will islamische Feiertage. Ströbele will unsere Nationalhymne auf Türkisch. Die Grünen wollen Steuererhöhung, Einheitsschule, Türkei-Beitritt. Lasst euch nicht täuschen, liebe Freunde. Die Grünen tragen zwar in Bayern gelegentlich Lederhosen, aber darunter sind die roten Unterhosen. Und für uns kommen sie so lange nicht in Frage, bis aus den roten Unterhosen schwarze Unterhosen geworden sind, liebe Freunde.